Hallo mein Lieben und herzlich willkommen. Jetzt wieder euer Heinz mit einer neuen Folge TrainStation Renovation. Ja wir haben ein Problem mit den Tonnen. Ja ich hab mal geguckt. Die müssen wir also in den Bereich vorne hinstellen, wo das abgesperrt war. Wo das abgesperrt war. Nee Mensch, bleib doch mal hier. Ach, nee. Was nun? Achso, ja gut. Hm-hm-hm-hm. Nee. Hm? Warum läuft denn der, wenn ich L2 halte? Da läuft der. Das macht gar nichts. Ja, dann schieße ich eben dahinter. Keine Ahnung, ob dann hier... Ob das reicht oder nicht reicht oder... Ach, weißt der Geier was. Gut, dass wir die alle schon mal in der Hand hatten. Jetzt können wir die gestorben. Ja, keine Ahnung. Bis die können wir nämlich nie noch mal aufheben. Wenn sie immer liegen, liegen sie. Hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hä? Mensch, was machst du denn immer? Ich habe gar nichts gemacht hier. Ich drücke gar nicht. Da haut er das irgendwo hier hin. Okay, Mensch, ich mache nur L2. Da rennt er vorwärts. So, blöd, Mann. So. Kommt die gar nicht in den Container. Da haben wir jetzt Geld verschwendet. Für einen neuen Container. Den wir nicht mehr. Wann ist es, Kinder? Nun geht er mal da hier durch. Das ist ja immer ein bisschen nervtötend. Ja, vielleicht gehen wir mal hier hin lang. Geht vielleicht besser. Kürzer wäre es wahrscheinlich. Aber wir haben ein bisschen Zeit am Ende. Wozu dösen? Wozu dösen? Dann gehen wir die gleich hier oben hin. Stapeln noch. Nein, wir haben sie nicht mehr. Hauptsache, die liegen dann so, dass sie entsorgt sind. Aber eigentlich sind sie aus dem Bahnhofsgelände verschwunden. So, jetzt sind wir hier am Bahnhof. Was sollen wir hier machen? Bänke und Stühle. Vier Bänke. Eine Uhr. Ein Vorgastanzeiger. Können wir das schon mal holen? Vier Bänke. Da holen wir uns hin. Wie ging das jetzt mit dem Einkaufen? Wo war das Einkaufsmenü? Aha. Bänke. Ja, welche kaufen wir denn? Kaufen wir mal die hier. Vierhundert. Vierhundert. Oder mit Lehne. Wir holen die mit Lehne. Holen wir mal. Verkaufen. Haben wir noch eine? Da steht verkaufen. Ja. Wir haben da gar keine. Wollen? Wollen wir noch mal gucken. Der sagt verkaufen. Achso, wenn wir welche hätten. Dann nehmen wir eins, zwei, drei, vier. Dann braucht man wieviel Mülleimer? Einen Mülleimer. Das ist ja ein Vorgastanzeiger. So was hier. Mal einen zum Hinstellen. Nehmen wir einen zum Hinstellen. Ohne Uhr. Mal gucken, ob die da draußen dran passt. Ist es eine, die wir am Bauernhof anbringen müssen? Müssen wir denn mal ein. Mal gucken. Ja, wie könnte man jetzt die Bank nehmen? Bringen. Öffne den Gerät. Schuppen. Ne. Ne. Gern. Wie kann ich denn jetzt hier was hinstellen? Bin ich blöder? Hey, wie ging das jetzt wieder? Jetzt haben wir das gekauft. Ich muss ja irgendwo hinstellen. Ach, jetzt habe ich schon immer. Warum läuft denn der, wenn ich hier L2 drücke? Mit einem anderen Kontroll? Jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir zwei solche Bänke. Zwei von vier. Ach, die Uhr haben wir noch. Die Uhr können wir noch hinstellen. Oder nehmen wir die Uhr. Da oben ist da eine. Ne, da machen wir eben noch eine. So. Holt sich hier aber einen Fahrplan. So. Bim. Zack. Borgastanzeiger. Das stellen wir vielleicht hier vorne hin. Ne, hier. Das ist jetzt. Und jetzt haben wir noch zwei Bänke, die wir hier irgendwo hinstellen müssen. Ist gar kein Platz dafür. Dafür ist gar kein Platz. Ach ne, hier sind wir schon wieder außerhalb von Bordenstadt. Das ist so dusselig. Das finde ich ein bisschen blöd, weil hier alles voll zu rammeln mit irgendwelchen Zeug. Ich stelle mir noch eine hier hin. Und dann haben wir das erledigt. Ist der fertig. Fix und fertig ist der. Ja. So. Was müssen wir dann hier drüben machen? Bänke und Stühle. Ach. Ne, ja. Hier geht das ja so. Ene so rum und die anderen dran. Das können wir ja machen. Das müssen wir bestimmt zerlegen. Zerlegen wollen wir dann gleich. Jetzt sammel mal schon mal. Ach, zahlen wir mal keinen Container. Da haben wir einen Haufen Geld ausgegeben. Alter Falter. Da hätte man ja. Weißt du, sind es denn die für jeden Mister? Da würde sie dann mal einen Hinweis geben, das gehört nicht in diese Tonne, in den Container oder so ein bisschen, ein bisschen ulkig ist es schon. So, mal als Hinweis. Vorher kann man ja auch Schutzanzug anziehen. Aber nee. Ich habe kein Zielwasser getrunken. Ich gebe es zu. Ich mache die Aufnahme am Morgen. Ich habe kein Zielwasser getrunken. Zu meiner Verteidigung. Ich habe kein Zielwasser getrunken. Ich habe kein Ziel � denke ich. Und Wasser noch mal in den Container So, mit O So legen, dann brauchen wir das Werkzeug Hm, hm Menschenskinder, ja Das ist so immer spannend, ist das, ne Mensch mit der Deko und so Das ist alles ein bisschen lustlos Muss ich mal so sagen Haben wir hier noch eine Kiste Ach, die müssen wir auch mitnehmen Mensch, das Holz können wir eigentlich zerhacken, ne Aber nee So, aber nee Ähm, nee So, jetzt müssen wir dort noch das Zellspeck wischen hier wieder Da brauchen wir wieder hier unser Gerät Sind eigentlich schon jetzt in Übung mit Doch nicht so So, gesäubert Aber hier hinten auch noch so eine Pfütze Oh, hier liegt auch noch der Dreck Noch eine Tonne steht hier hinten rum Oh, nee, dann machen wir es mal hier vorne Jetzt noch die Pfütze weg Hier gibt es erstmal die Pfütze weg Ja, hier bin ich Hier gibt es heute Ja, hier gibt es heute Ja, hier gibt es heute Okay, ich bin ein paar Die Pfütze weg So, jetzt geht es jetzt Ja, hier bin ich Tja, da liegt jetzt noch was rum und der Zug ist jetzt gar nicht in die Schiene gesprungen, entweder haben wir ihn nicht richtig repariert, ob der sonst nicht in die Schiene, naja, werden wir ja dann sehen, ob wir 100 Protz haben oder 100 Niprotz, 100% schon mal keine 100%, würde ich mal denken. Ja, alles klar, muss natürlich, ne, das geht ja nie anders, als kannst du sie wieder nie. Gut, jetzt drüber gehüpft. Ach, die stellt schon alleine hin, das ist auch gut, das ist auch gut. So, jetzt müssen wir die Pfütze noch sauber machen, komm, die läuft mal einen Schritt schneller jetzt, ja. Jetzt müssen wir gucken, weil wir sind zuerst immer live gestreamt, jetzt muss ich mal gucken, ja. Dass die Folge dann doch nicht so lang wird, hier werden wir ein paar Folgen brauchen, obwohl der Bahnhöf gut an sich größer aussieht, ne. So, das legen wir wieder vor der Türe ab der Weile. Ich glaube, innen drin brauchen wir das dann auch nochmal. So, jetzt müssen wir mal gucken, was sollten wir hier jetzt machen. Wir brauchen sechs Bänke, zwei Mülleimer, zwei Vorgastanzeiger und eine Uhre. Nehmen wir eine zum Aufhängen hier. Jetzt haben wir hier rund, rund, mal gucken mal, also sechs Bänke, zwei Eimer, zwei Vorgastanzeiger. So, Bänke, nehmen wir mal eine Lehne hier, würde ich sagen, oder nehmen wir die anderen. Die hier, können wir nicht mehr mal nehmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, so. Brauchen wir eins, zwei. Die gehen eine mal, ne, Vorgastanzeiger, eins, zwei. Und die Uhr wieder. Wir nehmen die hier. Bum, so. Bum, Uhr erledigt. So, Vorgastanzeiger. Stellen wir vielleicht hier hinten hin. So. Danke. Danke. Also den Papierkorb haben wir ja auch noch in. Ja, ich stelle mir dann vielleicht die vorne hin. So, wir haben ja zwei Papierkorben, dann stellen wir jetzt hier mal eine Papierkorb. Hier haben wir noch einen Vorgastanzeiger. Fünf. So, und noch einen Papierkorb, weil es spielt eh keine Geige hier, wie es aussieht. Auf Schönheit kommt es ja nicht mehr nicht drauf. An der Hauptsache steht alles da. Wir können ja alles an den Fleck stellen, das wird ja auch gehen. An dem Punkt noch ganz ein bisschen, naja, so, jetzt scannen wir mal hier, ob hier noch was zu finden ist. Alles im grünen Bereich. Sehr schön. Was zu ersetzen, 17 von 19. Gegenstand zum Aufheben. Was zum Streichen. Was müsste denn hier Streichen? Aufheben. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Was soll ich mal streichen? Schäusel oder was denn? Ach, hier ist noch Müll zum Sammeln. Zack. So, aber was streichen? Wir rotieren nochmal, ja. Zu ersetzen. 21 von 3. Zum Streichen. Wir müssen hier streichen. Jetzt ist hier grün. Also am Zug ist nichts zu machen, wahrscheinlich. Tja, 6 von 8. Keine Ahnung, was sie denn in dem Haus messen, was wir streichen sollen. Durchschneiden. Ach, da brauchen wir einen Bolzenschneider aus dem Auto. Ne, da gehen wir mal. Bolzenschneidern. Geöffnet, du. Öffnen. Ach, L2. Äh, noch mehr solche Tonnen. So, was machen wir jetzt mit dem Bolzenschneider? Dann können wir ihn wieder zurück in den Wagen schaffen, nicht? Damit er nie rumliegt. Items wieder herstellen. Hä? Wie könntest du die Bolzenschneider? Achso, dann musst du wieder die Hände... Achso, jetzt habe ich das Ding wieder mitgenommen. Das wollte ich ja gar nicht dorthin, Mensch. Brauchen wir das hier drinnen eigentlich auch? Ja, hier ist auch eine Pfütze. Wir brauchen erst mal Hände. Jetzt habe ich den genauen Weg gelegt. Alter Falter. Nun, was macht denn diese Scheiß-Donne? Oh, das ist was... Da könntest du... Ich mache gar nichts hier. Mensch, bloß weil der ein bisschen dort hängt. Das ist so dämlich gemacht, ey. Also, sag mal. Mensch, das gibt's doch... Wo bleibt die denn? Hier ist gar nichts. Zum Hängenbleiben. Hier ist nichts zum Hängenbleiben, hier. Alter, hier wirst du blöde. Kannst du gar nicht schnell laufen mit dem Ding. Hier ist was los, eh. So, warte mal. Jetzt nimmst du das mal... Ein bisschen hier zur Seite derweilen. Hier hin. So. Geht das wieder besser? So. Wo. Wo. Okay. So. Eiei, 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 Eiei. Eiei, 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 Eiei. Eiei, Eiei, Eiei. Eiei, Eiei, Eiei. Eiei, 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 Eiei. Zack, sechs Möbel. Einen Möbel. Ja, zwei Möbel. Das finde ich ein bisschen, das finde ich dann wieder ein bisschen nicht so schön eigentlich. Das muss nicht ein bisschen. Man braucht die einfach eigentlich nur lustlos hier hinstellen und schon hat man das erledigt. Fertig. Damit ist das, ist das hier fertig offensichtlich. Ja, die halbe Stunde ist rum. Da können wir dann das nächste Mal uns ums Bahnhofsgebäude kümmern. Mal sehen, ob wir damit fertig werden. Ja, meine Lieben, machen wir Schluss an der Stelle. Ich hoffe es hat euch wieder gefallen. Ich freue mich wie immer an den konstruktiven Kommentaren. Däumchen da oben den ein oder anderen Abonnenten. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann macht die Glocke an. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.